Okay Freunde, wir gucken jetzt das Video Die militante Veganerin Exposed. Wie schon gesagt, ich hab ein, zwei Clips schon vorher auf TikTok gesehen, aber ich will's mal komplett mir reinziehen. Willkommen auf meinem Kanal und zu diesem Video über die militante Veganerin. Und es ist immer wieder cool ein Video von jemandem zu sehen, der es nicht so ich sag mal so hauptberuflich macht. Die militante Veganerin mit Vornamen Raffaela. Mann, das ist halt so ein bisschen Schulpräsentations-Vibes. Gerade irgendwie. Okay, wichtiges Video, wichtiges Thema. Kommt aus Österreich, ist 26 Jahre alt und hat sieben Monate als Ärztin gearbeitet, bis sie ihren Beruf an den Nahe gegangen hat und sie quasi über Nacht zur Vollzeitaktivistin wurde und ist für ihren veganen Aktivismus hindänglich bekannt von vielen Leuten da draußen. Und nochmal für alle Nicht-VeganerInnen, die dieses Video sehen, erkläre ich jetzt nochmal kurz den Begriff Speziesismus, da der später auch nochmal im Video auftauchen wird und behandelt wird, dass man den halt so ein bisschen im Hinterkopf hat. Speziesismus, eine Wortkombination aus dem Wort Spezies, also eine Art und Ismus, bezeichnet die moralische Diskriminierung von Lebewesen ausschließlich aufgrund ihrer Artzugehörigkeit. Analog zum Rassismus, also die Diskriminierung von Menschen anhand äußerlicher Merkmale, wie Hautfarbe und Sexismus bei der Diskriminierung anhand des Geschlechts, um da mal zwei Beispiele zu nennen. Ja, aber ich finde, das erklärt es euch schon ganz gut. Sie ist im letzten Jahr von Tausenden bis jetzt Hunderttausend und Millionen Aufrufen auf YouTube-Videos und ihren TikToks enorm gewachsen. Durch ihre provokante Art polarisiert sie sehr... Wollt ihr euch ein Beispiel geben für Speziesismus? Ja, hat aber dadurch stark an Reichweite gewonnen. Ein Teil dazu trugen auch ihre viral gegangenen Clips bei, in denen sie Nicht-VeganerInnen hart angeht und zum Beispiel als Tierschänder oder Tiermörder bezeichnet. Ich lebe selbst seit über einem Jahr vegan und muss sagen, dass sie inhaltlich Recht hat, wenn es um die Tierindustrie an sich geht, außer gewisse Aussagen, auf die ich hier später noch eingehen werde. Ich finde, dass sie... Das Krasse bei Raffaela ist so, am Anfang fanden die alle Kacke. Ich muss sagen, ich fand sie auch Kacke. Danach fand ich sie eigentlich nice, weil ich dachte mir so, Alter, du setzt dich halt so schön für was Gutes ein oder so krass für was Gutes ein. Nicht schön. Schön hat sie es nicht gemacht. Sie hat es sehr dreckig gemacht. Aber sie setzt sich einfach mit Herz und Seele für was Gutes ein. Ich habe sie auch 100% alles abgekauft. Auch wenn ihre Methoden sehr radikal sind, war ich so, ey, bestimmt werden dadurch wirklich ein paar Leute ein bisschen vegan geworden. Safe. Ich glaube daran. So, weil sich einfach die Leute mit dem Thema beschäftigt haben. Und jetzt rodert das Ganze zurück zu, ja okay, sie war doch schon sehr radikal und wenn du bei der Denkweise sehr radikal bist, bist du vielleicht bei anderen Denkweisen vielleicht auch wieder radikal. Da kommen wir jetzt gerade hin. Jede Form des Aktivismus seine Daseinsberechtigung hat und man verschiedene Menschen auf verschiedenen Wegen erreichen kann. Die Kritik in diesem Video richtet sich eher gegen ihre öffentlichen Äußerungen, die für mich widersprüchlich als Veganer sind und sie auf dem größten deutschen veganen Discord Server und auf TikTok, YouTube und Twitter verbreitet. Und nur um es nochmal klarzustellen. Dieser geile Morph Cut. Komm, wir gehen bis auf steht einfach. Das, was er gerade gemacht hat, ist ein Morph Cut, dass man versucht, so einen Cut zu verstecken. TikTok, YouTube und Twitter verbreitet. Hier, seht ihr es? Es hat keine Blende, also er versucht, sich so rüber zu morphen. Nur um es nochmal klarzustellen, es geht hier nicht darum, sie als Person hier irgendwie fertig zu machen, sondern aufzuzeigen, was ich persönlich kritisch sehe und hoffe, er macht viele Morph Cuts. hier irgendwie fertig zu machen, sondern auf... Guck mal, oh, das macht der Mann gut, weil hier guckt er wieder ein Script und dann macht ihr hier einen Morph Cut zu dem hier rüber und es sieht aus, als wenn er durchreden würde. Gut gemacht, Mann. Gut gemacht. Doch kein Anfänger. ...zu zeigen, was ich persönlich kritisch sehe und hoffe, dass durch so manche... Da sind viele Morph Cuts drin. Finde ich cool. Das finde ich cool, dass mal jemand anders schneidet. Vielleicht sowas wie Einsicht gezeigt wird. Wieder die Information... Okay, der... Bruder, mach nicht nur Morph Cuts. Du kannst auch manchmal cutten. Jump Cuts sind... YouTube, okay. Aber jetzt scheiß auf den Schnitt. Lassen Sie es inhaltlich reingehen. In diesem Video habe ich Mitte letzten Jahres per Zufall entdeckt und erstmals gesammelt. Es wurde auch schon von einigen Personen versucht, diese zu verbreiten und Menschen aufzuklären, beziehungsweise sie damit zu konfrontieren. Aber dazu gibt es später in diesem Video noch einen Extrapunkt. Der Discord Vegan Dreamland generell. Sie ergibt seit langer Zeit auf dem größten deutschen veganen Discord-Server und beteiligt sich dort an Diskussionen, verbreitet ihre Videos und Informationen. Derzeit befinden sich auf dem Server über 18.000 Mitglieder. Uh, crazy. Ich sehe diesen Server persönlich als sehr kritisch an, da dort viele Dinge stehen gelassen und nicht unterbunden werden, die nach meinem Empfinden moderiert gehören. Dazu zählt zum Beispiel auch Rex extremes Gedankengut, was dort verbreitet wird. Es wird dort geteilt, es wird dort... Ah, nicht egal. ...behandelt, es wird diskutiert, ohne dass da anscheinend irgendwas aus der Richtung wegmoderiert wird. Einer von diesen Akteuren ist der Germane. Ich hätte dort eine längere... Bruder, aber wenn du schon der Germane heißt, das ist schon so eine kleine Red Flag auf jeden Fall. ...zeit agiert hat und von dem Serverbetreiber und der Community toleriert wurde. Dies wurde mir bewusst, als der Serverbetreiber ein neues Video auf seinem YouTube-Kanal... Der vegane Germane... ...Hochgeladen hat. Als ich das dort angesprochen habe, sind der Germane und der Serverbetreiber direkt darauf angesprungen und ich solle dann in eine Debatte kommen, was ich natürlich ausgeschlagen habe... Okay, 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 okay. Also er heißt jetzt erst hier Tilted Floster. Okay, dieser Germane ist scheinbar Nazi und der militante Agaven-Dicksaft. Was ist das für ein Discord, Digger? ...habe und den Server verlassen habe. Da ich damit nichts zu tun haben wollte, diese Nachrichten und diese Diskussion wurde natürlich zeitnah gelöscht. Nun mal zur Einordnung von diesem rechten Akteur. Er war damals auf Twitch sehr aktiv und wurde wegen Holocaust-Relativierung von Twitch gebannt, während er mit zwei größeren Streamern... Ja, Holocaust-Relativierung auch nicht so ein chilliges Thema auf jeden Fall. ...ein Gespräch hatte und diese kritischen Aussagen dort in einem Live-Gespräch getätigt hat und während des Gesprächs noch von der Plattform verbannt wurde. Später war er dort auch mit einem weiteren Kanal unterwegs, wo er dann auch aktiv für Vegan Dreamland geworben hat. Und zwar alles so derzeit, wo er auch selber auf dem Server aktiv war. Aber dieser Account ist von Twitch auch schon länger wieder gesperrt worden. Auch große Red Flag, wenn du zwei gesperrte Twitch-Accounts hast. Ein, okay, kann es vielleicht mal scheiße gebaut, aber zwei? Nee. Und auch von dem Discord-Server ist er mittlerweile verschwunden. Was es für mich aber nicht besser macht, dass solche Akteure dort an Plattformen geboten wird und sowas dort toleriert wird. Oder dass Mitglieder auch solche Dinge dort schreiben, verbreiten können. Ab welchem Hautfarben-Ton darf man N-Wort sagen? Alter. What the fuck, bro? Ohne... Oh, 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 oh. Miss Poseidon, danke für die zwei verschiedene Subs. Also, also, äh, also... ... dass da von dem Serverbetreiber oder von der Moderation mal eingegriffen wird oder ModeratorInnen selber dort auch grenzwertige Aussagen raushauen. Dazu kommt noch die Tolerierung von Personen mit solchen Namen und Profilbildern. Die ist... Bro. Sus. Die ist nur zur groben Einführung des Ganzen und wie sich das alles so ein bisschen ergeben hat. Und nun kommen wir, wie versprochen, zur militanten Veganerin, wie sie sich selber nennt und worum es hier eigentlich auch geht. Transfeindliche Witze. Gut, bei Witze ist immer das Thema, in welchem Kontext werden sie gemacht, mit welcher... mit welchen Personen werden sie gemacht. Witze sind immer so eine... sehr eine große Sache, so. Ein Witz kann ja auch nicht ernst gemeint sein. Ein Witz kann ja auch auf ein Problem hinweisen. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie die Witze aussehen. Weil wirklich ist es... Man darf bei Witzen Grenzen überschreiten. Aber einfach nur... Ihr kennt meine Anstrengung, zu Witzen, die einfach nur provozieren wollen. Ihr wisst, was ich meine. Die militante Veganerin. Angefangen hatte alles, als ich bemerkt hatte, als ich frisch auf diesen Server gejoint bin. Ich will jetzt keine transfeindlichen Witze verteidigen, bevor ich den Witz nicht gesehen habe. Also, I mean, sowas wie South Park oder Family Guy übertritt ja auch eine Grenze, aber dort kritisiert es zum Beispiel. Also South Park kritisiert zum Beispiel sehr viel Rassismus und sowas alles Mögliche. Deswegen ist es da wieder okay, dass eine Grenze erschreiten wird. Sowas wollte ich machen. Die militante Veganerin dort anscheinend agiert. Ich kannte sie aber selber nur aus einem älteren YouTube-Video, was ich letztes Jahr gesehen habe. Und deswegen war mir die Person auch schon ein Begriff. Dort hatte sie aber mit Abstand nicht die Reichweite, die sie heute hat. Als ich auf dem Server mal was dort so diskutiert wird, ging mir folgender Post von ihr auf und sie sich dort über diese Personengruppen und auch Pronomen lustig macht. Ich zitiere nur. Leute, ich habe gerade was Lust gefunden. Circa 1% der Bevölkerung leidet an einer Form der motiven Persönlichkeitsstörung. Aber unter 1% der Bevölkerung ist trans. Das heißt, eigentlich sollten wir uns weniger um Pronomen wie er, sie streiten als um Pronomen wie 1, 2, Mehrzeit, er, sie, sie. Warum redet keiner darüber? Irgendwie ein sehr, sehr weirder Take. Also, wenn man ernst meinen würde. Ich glaube auch, setze mich jetzt für multiple Toiletten ein. Jede meiner Persönlichkeiten will eine andere Schüssel. Und vormittags will ich mit dem Pronomen er, ihn angesprochen werden. Nachmittags mit he, him und abends im hoheitlichen Plural, weil einer meiner alter Egos ist König. Mhhh. Weiß nicht, Digga. Vor allem, das hat ja nicht mal eine Pointe. Es ist ja nicht mehr ein Joke. Es ist halt ein dummer Take. Also, das ist ja kein Joke. Also, das ist ja kein Witz so. Lust, finde ich sehr verletzend. Und diese Aussagen schrecklich. Wenn man gleichzeitig Aktivismus macht, der gegen Diskriminierung gerichtet ist und man sogar auf Pride-Paraden mitläuft. Ich als LGBTQ mache heute auf die Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Diskriminierungsformen aufmerksam. Weiß ich nicht, Digga. Aussagen über Sexualisierung und Cancel Culture. Bei Cancel Culture bin ich gespannt. Weil ich muss sagen, ich stehe der Cancel Culture. Aber es gibt ja nicht die Cancel Culture. Aber ich finde, oft hätte man mit Leuten eher reden können, statt sie komplett weg zu canceln. Nicht bei allen Fällen. Es gibt Leute, die gehören einfach gesperrt und sowas. Vollkommen eurer Meinung. Aber manchmal finde ich es auch ein bisschen übertrieben. Weiter findet sie, dass Catcalling einfach nur laute Kompl... Unpopular Opinion, Catcalling und Dickpick sollten nicht verboten, verpönt sein. Äh, ja, klar. Ich zeige euch trotzdem an, wenn ihr mir ein Dickpick sendet. Die Mände sind und Dickpicks versenden nicht verboten oder verpönt sein sollte. Dafür gibt es übrigens die Internetseite, Freunde. Ich haue euch mal die in die Videobeschreibung von dem Video hier. Da könnt ihr, wenn euch jemand ein Dickpick sendet, direkt einfach ein Screen-Shot davon machen, das Profil melden, dies, das. Er hat das gemacht und es kann sein, dass was bei rumkommt. Das ist so die einfachste Art und Weise, wie man gegen sowas vorgehen kann. Sexualisierung wird an... Ich verstehe auch nicht, was jemanden sexualisieren genau sein soll. Oh, die sollte sich mal das Video von der lieben Gnu angucken über bestimmte Reddit-Foren. Dann weiß sie, was jemanden sexualisieren bedeutet. Anscheinend nicht verstanden, mit der verharmlosenden Sicht. Okay, okay, okay. Wie ist ein lautes Kompliment machen? Belästigung. Boah, geile Titten, Alte, ist okay. Kannst du. Warum nicht? Es gibt Leute, die können literally keine besseren Komplimente formulieren. Nee, boah, geile Titten, Alte, ist kein... Freunde, nein, mach sowas nicht. Er schreibt, boah, geile Titten, Alte, ist es okay? Also an die militante Veganerin. Und sie schreibt, warum nicht? Es gibt Leute, die können literally keine besseren Komplimente formulieren. Nein, du darfst vielleicht zu deiner Freundin sagen, boah, geile Titten, Alte. Oder zu deinem Freund, boah, geile Titten, Alter. Okay, in der Beziehung, wenn es euer Vibe ist, macht es, ne? Muss natürlich auch Konsens sein. Aber zu einer random Frau auf der Straße rufen ist nicht okay. Das ist nicht okay. WTF? Also nein, nee. Dann fragt doch jemand, siehst du das in jedem Kontext so? Und dann sagt sie, gibt gibst eine Ausnahme, aber in den meisten Fällen ja. Ich meine, als nächstes wird dann verboten, Leuten in den Ausschnitt zu schauen, weil das Belästigung und Sexualisierung ist, oder was? Boah, rearder Take. Okay. In Ausschnitt schauen ist so ein Mix. Wenn man jemanden außer dem Ausschnitt schaut, passiert. Wenn du aber so gaffst, nicht okay. Also, wenn du mal irgendwo hinschuckst, ja, mein Gott, aber so auf den Ausschnitt gaffst, finde ich auch nicht okay. Also, nee, was ist mit dieser Frau, hä? Was sind das für Takes? Also, jetzt fühle ich diese, jetzt fühle ich Rafaela nicht mehr so, muss ich sagen. Dass manche Leute einfach nicht flirten können, beziehungsweise es nicht besser können. Sie vergleicht das mit Trigger, die man bedienen könnte in einer Unterhaltung. Zum Beispiel, wenn jemand Verwandte verloren hat. Okay. Wenn ich dir als Fremder geiler Arschhäschen herrufen würde, würde dir doch die Beine platzen. Keine Ahnung, wieso einem da die Beine platzen würde. Hä? Was? Nein. Ruft niemandem geiles, geiler Arschhäschen hinterher. Das ist einfach straight up sexuelle Belästigung, also Sex, Belästigung nötigen, also es ist nicht okay auf jeden Fall. Hä? Was? Boah, das sind interessante Takes von dieser Frau. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay, hier ist noch ein anderer realer Take. Ich kann das nicht, Mann. Ich will nicht den, es gibt auch POCs, die sagen, nenn mich ruhig N-Wort. Ich bin nicht in der Position, Rafaela zu sagen, von was sie sich belästigt fühlen hat. Mir geht es darum, dass du vorher nicht weißt, ob die Person sich wenn ich über das Wetter rede und jemand ein Onkels ist gerade bei einem Unwetter gestorben, könnte ich den auch Kränken beleidigen. Darf ich deswegen nicht mehr ohne Triggerwarnung Konsens wegen Beleidigung und Belästigung über das Wetter reden? Den check ich nicht, den Take. Dann schreibt sie, spontane Komplimente sind immer in Ordnung, immer Opinion. Was ist gegen die auszusetzen? Naja, geiler Arschhäschen ist Headcalling. Und unangebracht, das ist kein Kompliment. Was kann man gegen ein Kompliment haben? Egal, ob es sich auf deine sexuelle Anziehung, deine Intelligenz, deinen Kleidungsstil oder dein Gemälde bezieht. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sag nichts. Kompliment richtig gut. Machen die Welt besser, sind mit positiven Intentionen geäußert. Boah, boah, was ist, was hat diese Frau für Te... Also, nee, sorry Raffaella, ich stimme dir da nicht überein. Dort hast du auch nicht innerlich recht. Das ist nicht nur hart formuliert, das ist einfach Müll. Puh. In einem Unwetter und man dann über das Wetter redet, weil das wäre ja in ihren Augen Belästigung, wenn man das so im Vergleich ziehen würde. Aber ich finde, es ist schon ein großer Unterschied, ob man offensichtlich einen Sexismus betreibt oder ob man durch Zufall bei Unterhaltung bei Menschen irgendeinen Trägerpunkt treffen könnte. Klar, man kann halt immer so ins Fettnäpfchen treten, irgendwie einen Joke kicken und der kommt gar nicht gut an, weil irgendwas bei einer Person Spezielles passiert ist, wo sie sich getriggert fühlt. Das kann immer passieren, das kann man aber nicht vermeiden. Also man sollte jetzt nicht deswegen Angst haben, nicht mehr normal über Dinge reden zu dürfen. Aber es gibt halt Dinge, die an sich einfach nicht okay sind. Also, ich sag mal so, wenn man jetzt 100 Frauen auf der Straße befragt, ob es okay ist, geiles, geiler Arschhäschen ihr hinterherzurufen, würden wahrscheinlich 98 sagen, ist absolut nicht okay. Dann redet sie noch über die sogenannte Cancel Culture, ein Begriff, welcher Jo, wir haben halt so eine Cancel Culture und fehlerfreie Gesellschaft. Hauptsächlich von Personen, also ernsthaft und nicht nur Spaßes. Naja, aber sie cancelt ja alle Leute weg, die nicht vegan sind, was ja also in ihren Augen ein Fehler ist und dann, also sie ist ja selber Teil der Cancel Culture an sich. Also, ich finde ja alle Leute kacke, die nicht vegan sind. Zahlbar verwendet wird, wenn es um die Kritik an die eigene Person geht und sie sagt auch gerne mal, dass nicht vegan ist. Also, man kann von der Cancel Culture halten, was man will, aber sie macht es ja selber. Personen auch einfach mal im Schredder landen könnten, auch wenn sie das vielleicht Okay, okay, was sagt die noch? Vor zwei Monaten hättest du nach deiner Logik Claudia theoretisch bei ihrer damaligen Anstellung den Tod gewünscht. Ich sag immer so, solange die Personen nicht vegan sind, hoffe ich, dass sie im Schredder hoffe ich, dass sie im Schredder landen. Das bedeutet, dass ich ihnen das nicht mehr wünsche, wenn sie vegan sind. Bro, what the fuck? Also, sie wünscht Leuten den Tod, die nicht vegan leben? Bro, was? Ah, perfekt, das hat mein Bild auch fällt mir gerade auf. Also, ja, lohnt gar nicht, aber den Küken-Schredder mit der, ja, passt alle den Küken-Schredder. Tim fragt nochmal, was habe ich jetzt damit zu tun? Was habe ich dir getan, Raffaella? Tim fragt nochmal, warum er Rassismus falsch findet und dann bringt das, bringt das Alien-Beispiel und dann schmeißt ihn in den Küken-Schredder. Frag ihn, ob er nie essen geht, nie überfährt. Wieso bandt mich hier keiner? Das fand ich auch gerade, wieso dich hier keiner bandt. das ist scheinbar real, Freunde, das ist scheinbar echt real. Echt nö, ein bisschen überspitzt. Also, eigentlich fand ich ihre Aktion halt geil, weil sie sich so krass eingesetzt hat. Klar, auch sehr radikal, manche Punkte fand ich auch nicht gut, aber an sich hat sie sich ja für eine gute Sache eingesetzt. Aber das, Bro, ich weiß nicht, das ist mir zu viel. Das meint, ich nehme hier nur Punkte auf, die sie selber so veröffentlicht hat und auf die Kritik auf diese Aussagen dann eher aggressiv und unentsichtig reagiert. Ja, ja, hier auch gerade, wo ist das transfeindlich? Weiß ja nicht. ...reagiert, als sie damit konfrontiert wurde. Ich lasse mir so eine Verleumdung nicht gefallen. Ich setze mich lautstark gegen jede Form der Rediskriminierung ein in praktisch jedem meiner Livestreams und Videos erwähne ich, dass Trans-Homophobie falsch ist und sage auch in diesem Posting nicht, dass Gendern viel Transgeschlechtliche falsch und moralisch ist, sondern, dass wir eigentlich sprachlich noch einen Schritt weiter gehen müssten und diese, dieser Ethik logisch folgend auch nicht einfach annehmen können, dass unser Gegenüber nur ein Individuum ist. Ja, das an sich ist ja kein schlechter, also, hey, das Problem ist, multiple Persönlichkeitsstörungen, das ist ja eine Krankheit, die man versucht, aktiv zu behandeln. Ein Trans-Mensch ist ja nicht, was soll man denn nicht behandeln? Das ist der Unterschied gerade, Freunde. Ich finde, es ist einfach ein fader Beigeschmack dabei, wenn jemand vorne herum sich gegen diese Dinge einsetzt und auch instrumentalisiert, um für den Veganismus Aktivismus zu betreiben, aber an anderer Stelle solche unangebrachten Dinge veröffentlicht. Austausch mit Rechtsextremen und Schwurblern. Und jetzt bin ich mal gespannt. Darüber habe ich glaube ich noch nichts gesehen. auf TikTok. Eine weitere sehr kritische Position finde ich auch, dass sie nach ihrer Aussage und vor... Du vielleicht schon... Digga, kannst du dich mal entscheiden, wo du jetzt die verdammten Screenshots einblendest, Meister? Wie du vielleicht schon in meinem Video gesehen hast, rede ich und voreingenommen mit jedem. Jedem. Und du sollst mir mal das Gegenteil beweisen. Ne, da, das. Sie redet auch mit jedem. Da hat sie recht. Voreingenommen mit absolut jedem redet und das finde ich, gerade wenn es um offensichtlich rechte Akteure geht, sehr, sehr kritisch. Achso, ja, ja, ja. Das auf jeden Fall. Wenn, wenn es ein bekannter, keiner Nazi ist, warum soll, also, warum soll man eine Plattform geben? Im rechten Gedankengut eine Plattform zu bieten, ist genau das, was die wollen. Die wollen nicht in den Diskurs gehen. Die wollen nicht debattieren. Die wollen einfach nur ihre Agenda loswerden, ihre Ansichten verbreiten, egal wie. Und es gibt schon einige Beispiele mit Talks mit rechten Akteuren, die sie geführt hat und denen quasi damit auch eine Plattform bietet. Oder auch Leon Lovelock, der auch mal gerne Leon Lovelock, Alter. Die Erde ist flach. Ganz oft hart schwurbelt, gerade auch, was Corona angeht. Oh, ja, 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 oh, ja, ja. Leon Lovelock ist, ja, Corona-mäßig hat dieser Mann ein bisschen reingekackt. Da wird ein Fieroskan als Held gefeiert, weil er jetzt anscheinend vegan wurde und vegane Ansichten über Telegram oder ähnliches verbreitet. Und ich kenne einen Typ mit sich, weiß nicht, was er gemacht hat. Natürlich wird sofort an diese Person eine Anfrage rausgeschickt, dass man darüber ja mal reden kann. Und das finde ich noch das Schlimmste. Wer ist Fieroskan? Das schlimmste, wenn man mit Rechtsextremen sogar... Ich habe gerade ein Video von Fieroskan gesehen. Wie es aussieht, könnt ihr jetzt wohl auch bei den rechten Fuß fassen. Ah, ist einfach rechts, okay. Er versucht ein positives Gespräch über... Oh, ja, ähm... Ja, als rechts. Ihr könnt jetzt euch durchlösen, aber als rechts. ...über den Veganismus zu führen. Kann diese Person vielleicht sogar sympathisch rüberkommen lassen. Ja, passt schon, und das Hauptproblem ist, dass rechts einfach so unglaublich weiter und dummer Begriff ist. Damit kann alles gemeint sein von Nazi bis man ist gegen Steuern. Naja, also mit rechts beschreibt man schon eine bestimmte Art von Personen, denen man einfach keine Plattform bietet. Punkt genau aus. Ohne, dass man die anderen Themen wach... Und was? Man ist gegen Steuern. Handeln. Und diesen Personen einfach eine Plattform bietet, die sie nicht haben sollten. Und dazu noch von diesem Moderator auf dem Discord zu diesem Thema die Aussage, dass er, wenn dieser Fieroskan... Also wenn der jetzt anfängt mit veganem Wechselmüssen, dann kriegt der sowas von Spenden von mir geballert. Ist ja egal, ob jemand rechts ist oder Nazi ist. Wenn er vegan ist, dann wird er supported. Mann, das ist so dumm. Das ist so dumm. Veganen Aktivismus macht, dann schön noch mit Spenden zugeballert wird, damit man diesen Menschen auch schön beim Verbreiten von seinem rechten Gedankengut auch schön mitfinanzieren kann. Und das ist eine Sache, wie ich finde, bei der man einfach nicht mitspielen sollte. Es bringt einen bei solchen Themen einfach nicht weiter, mit diesen Leuten zu reden. TJ, politisch, rechts oder links, so seid es nicht schlimm, solange du nicht Extremist oder radikal bist. Firefox, dort werde ich dir aktiv nicht zustimmen bei dieser Aussage. Politisch rechts sein ist schlimm. Punkt. Meine Meinung. Wo man vielleicht meinen könnte, dass der Zweck die Mittel heiligt, man sollte mit diesen weder debattieren und schon gar nicht... Ihr wisst schon, was Rechtssein mit sich zieht. Also, ihr wisst schon, was Rechtssein bedeutet. Das sind Werte, die man vertritt, die nicht gut sind. Punkt. ...die eigene Reichweite zur Verfügung stellen. Dann könntest du auch mal Beispiel nennen, die CDU war auch mal rechts. Ja, ist die CDU eine geile Partei? Nee. Also, du hast dich gerade selber ausgedribbelt. Bruder, ich habe ein Video mitgemacht, was die Zerstörung der CDU heißt. Dort habe ich aktiv mitgearbeitet. Atheistisch zu sein, bedeutet, dass man allen Lebewesen gleichwertig das Recht auf Leben und Unversehrtheit zugesteht. Und als VeganerIn danach lebt, Leid so weit wie möglich und praktikabel zu vermeiden. Aber da passen für mich folgende Punkte nicht so ganz hinein. Vor allem für jemanden, der aktivistisch in diesem Bereich tätig ist, sich nach außen gibt und absolut moralisch argumentiert und eine Abneigung gegen Karnivore Tiere hat und diesen diese Rechte anscheinend nicht so eingestehen möchte. Insekten werden möglichst vorsichtig... Naja, an Firefox. In Friedrich Merz ist zum Beispiel rechts. In Friedrich Merz ist ziemlich scheiße. Punkt. Also, guck dir Text von Friedrich Merz an, wo da denkt man sich, Alter, wie kann der Parteivorsitzende sein? Puh, Alter, puh, 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 aber anderes Thema hier, okay. Okay, was schreibt sie hier? Mücken haben ein relativ niedriges Bewusstsein, können aber Schmerzen empfinden, soweit ich das verstehe. Als wenn ich angriffen werde, dann verteidige ich mich. Ansonsten versuche ich Insekten immer möglichst vorsichtig vor die Tür zu setzen. Bei Spinnen habe ich nicht das Problem, sie zu töten, wenn es schnell geht, da sie Carnivore sind. Also, es ist jetzt okay, Spinnen zu töten, weil sie halt andere Lebewesen essen. Hä? Dann wäre es ja auch okay, einen Löwen zu töten. Nee, ist es nicht okay. Also, noch laut ihrer Logik. Ich will jetzt niemanden, ich will jetzt nicht alle direkt verpönen, die meine Spinne getötet haben. Reuler habe ich auch schon mal. Aber, das macht ja, dieser Satz ist ja einfach dumm. ...sichtig vor die Tür gesetzt, aber Spinnen herrschen keinerlei Probleme, die zu töten, da sie Carnivore sind. Also, Carnivore heißt, sie essen halt Fleisch. Bei dem Teilen einer Nachricht, dass zum Beispiel die Kegelrobben wieder zurückkehren und sich wieder gut vermehren, wird mit Wir supporten keine Carnivoren geantwortet. Also, das ist absolut dumm. Auf so vielen Ebenen ist das so absolut dumm. Freunde, weil die Natur ist die Natur. Und es ist okay, dass sich ein Löwe auch eine Antilope reißt. Das ist die Natur. Die ist im Einklang. Haie, es ist zum Beispiel wichtig, dass es auch Haie gibt. Die essen ja auch andere Fische. Und, ja, Bruder, sollen die plötzlich einfach anfangen, Algen zu essen oder was? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Veganer sind eigentlich nicht gegen die natürlichen Gesetze. Wenn ein Löwe sich in eine Antilope reißt und in eine Gazelle oder was auch immer die halt alles snacken, dann ist das gut und richtig so für die Natur. Weil, sie sind halt carnivore Lebewesen. Es können nicht alle vegan leben, also es können nicht alle Lebewesen vegan sein. Auch zum Beispiel, dass die Inuits Fisch essen, ist eigentlich von den meisten Veganern als, hey, das ist okay, weil ihr könnt da oben halt jetzt eben kein Weizenfeld anbauen. So, das ist ja absolut dumm. Räuber sind wichtig für die regulären im Ökosystem, auf jeden Fall. Wir Menschen greifen halt in das Ökosystem ein und machen Dinge kaputt. Auf jeden Fall. Aber die Natur ist halt im Einklang mit sich selber und es ist halt wichtig, dass es auch halt so, ja, so was wie Haie gibt, dass es wichtig, jetzt Füchse gibt. Die reißen sich auch an Rasen. Es, also, das ist ein bisschen zu doll. Vor allem, sie ist ja erst seit zwei Jahren vegan, heißt hier war sie erst seit einem Jahr vegan, weil dieser Take ist von einem Jahr und nach einem Jahr vegan sein, so kranke, dolle Ansichten zu haben ist so, okay, WTF. Oder was mit fleischfressenden Pflanzen, genau, sollte man jetzt fleischfressende Pflanzen abschaffen, weil die sich manchmal eine Fliege snacken. Nee, das ist die Natur. Die Natur darf machen, was sie möchte. So guter Letzt noch eine Diskussion, an der sie sich beteiligt hat, wo eine Person Krähenbabys gerettet hat, die den Eltern entrissen wurden und das von ihr angeprangert wird, da sie an diese Fleisch verfüttern muss. Raben, Tauben sind vegan, deshalb habe ich einen Tauben, aber wenn jemand vor meiner Tür mit einem sterbenden Baby steht, dann tue ich alles, um das Baby zu retten und somit Ciao Kakao. Krähenkinder können nicht mit veganer Nahrung ermordest du das Tier. Wenn du gerne Krähen ermordest, die dir anvertrauen wurden, da sie der Eltern entrissen wurden, dann bist du für mich alles, aber kein Veganer, denn ein Veganer verhindert so viel Tierleid, wie er kann, du hättest in dem Moment das Tier ermordet und dann, es wäre kein Mord, nur unterlassene Hilfeleistung, was in diesem Fall ethisch wäre, okay, das lohnt einfach nicht mit dir, du uneinsichtige Speziesistin. Wenn du damit leben kannst, dann bitte, wie gesagt, wenn du krank bist, nimmst du genau so Medikamente, die an Tieren getestet wurden, auch wenn es nur ums Überleben geht, dennoch unterstützt du damit Tierversuche. Okay, darauf hast du nicht geantwortet. Sie meint, dass sie diese Weiß ja nicht, Digga, weiß ja nicht, Digga, Tiere einfach sterben lassen soll, weil wäre ja nur unterlassene Hilfeleistung, was nach ihrer Auffassung ethischer wäre. Also ich finde, das ergibt schon im Zusammenhang zueinander ein Bild, welches mir nicht so richtig in den Kopf will. Nee, 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 nee. Da Carnivore Tiere die gleiche Lebensberechtigung in der Natur haben, als nicht-Carnivore Tiere. Natürlich, wenn es keine Carnivore Tiere mehr geben würde, würde die Natur einfach zusammenbrechen, Freunde. Natur würde einfach zusammenbrechen. Und wenn man da jetzt einen Unterschied macht, handelt man für mich speziesistisch, da man wieder das Leben einer Spezies über die einer anderen setzt. Es lässt sich darüber diskutieren, was ethischer ist, das Tier sterben zu lassen oder mit Fleisch zu füttern. Das ist eine Frage, über die man, glaube, sehr lange Diskussionen führen kann, ob man das jetzt gerade akut bedrohte Tier aufpäppelt und am Leben erhält, welches erst wieder durch den Menschen in diese Situation gekommen ist. Verhalten auf Demonstrationen, okay. Alter, dieses Video killt mich. Ich dachte nicht, dass es so krass ist. Dein Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine ist ein Instrument halt. Einfach Orangensappen. Turn up. Ei, Wollpunks. Danke für den Subminion. Kuss, kuss, kuss. ...alisieren, auf Demos herumzulaufen und Menschen dort noch als Heuchler zu betiteln. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Wenn ihr gegen den Krieg in der Ukraine seid, dann führt auch keinen Krieg an Tieren. Ihr seid alle Heuchler, wenn ihr ein Friedenszeichen macht, aber nicht vegan lebt. Alter, das ist so dumm. Alter, das ist so dumm. Alter, das ist so dumm. Boah. Da setzen sich Leute gegen Krieg ein, gehen auf eine Demo, dies, das, machen gute Sachen, aber weil sie eine andere Sache nicht genauso machen, wie sie möchte, ist sie so, ihr seid Heuchler. Alter, Mann. Boah, das ist, das ist, das ist zu viel. Das ist zu viel. Sagen wir mal, du bist, es gibt eine Soldatin, die kämpft in der Ukraine, um ihr Land zu verteidigen, um ihre Familie zu verteidigen und snackt sich halt dann halt eben Fleisch, weil es halt eben aber nichts anderes gibt, sie sind im fucking Krieg. Sie snackt sich Fleisch. Und dann kommt so eine, Raffaela sagt, okay, du kämpfst hier für dein Land, du kämpfst hier für deine Familie, du kämpfst gegen Krieg, du kämpfst gegen Putin, der richtig viel Scheiße macht. Ne, du bist aber ein Heuchler, weil du isst hier Fleisch. Du bist eigentlich für Krieg. Das ist ja ihre Logik. Wie dumm ist das denn? Alter, boah. Boah, Mann, Alter, das ist so dumm. Ah, ah, ich, ah. Wo ist euer Frieden mit den Tieren? Solange es Schlachthäuser gibt, wird es Schlachtfelder geben. Boah. Ihr habt auch Tiere zu quälen und zum Schlachthof zu schicken. Seid Heuchler. Das ist zu viel. Alter, das ist zu viel. Das ist mir zu viel gerade. Heuchler, wenn ihr nicht vegan lebt. Alter. Holocaust der Tiere. Der Holocaust der Tiere. Eine beliebte Aussage von der meditanten Veganerin ist, dass sie gerne über den Tier-Holocaust, den Holocaust der Tiere und sowas in der Richtung redet und auch auf ihrer von ihr betriebenen Webseite darstellt. Der Holocaust der Tiere, der ist extrem. Ich finde es problematisch, wenn man diese Ausdrücke verwendet, denn es gibt kein Holocaust der Tiere. Ne, was hat sie da geschrieben? Hallo, ich heiße Raffaela, ich wohne in Linz, meine Wahlkarriere ist Vollzeitaktivistin. Ob ich davon leben kann, wird sich zeigen. Die mir in die Wiege gelegten Karriere war Ärztin, habe sieben Monate lang als Ärztin gearbeitet und fand das spezifische Gesundheitssystem zum Kotzen abgekündigt. Bin AV-Organisatorin und mache TikToks und YouTube über Ethik der Tierindustrie und den ongoing Holocaust. Puh, weiß er nicht. Finde ich jetzt ein bisschen respektlos den Hinterbliebenen und den Opfern des wirklichen Holocaust, muss ich ganz ehrlich sagen. Tiere. Es gibt den Holocaust, der passiert ist, wirklich ein absolut großes, widerwärtiges Ereignis der Geschichte war. Diesen Begriff für seinen eigenen Aktivismus zu eigen zu machen, kann sehr schnell sehr missverstanden werden. Naja, was als missverstanden ist, es ist halt respektlos. Sagen wir mal, eure Oma ist da gestorben oder sowas, keine Ahnung. Und dann kommt da so ein her und sagt, ja, die Hohle kostet Tiere. Als Hinterbliebenen, ich finde das nicht so geil. Da es sich hier um ein hochsensibles Thema handelt und es schnell als Gleichsetzung oder Relativierung interpretiert werden kann. Und wenn man dies alles mit der Tierindustrie gegenüberstellt, spielt auch immer, wenn auch nicht gesagt, im Hinterkopf die Opfer an Todeszahlen damit rein, was zwangsläufig zu einer Relativierung führen kann. Und es ist eigentlich auch unerheblich, diesen Vergleich zu ziehen, denn man sollte nicht ein Riesenverbrechen mit einem anderen gegenüberstellen. Nur um zu versuchen, diesen Punkt zu untermauern. Der Holocaust ist alleinstehend in der Geschichte für sich ein Riesenverbrechen. Das massenhafte Abschlachten und Vergasen von Tieren, welches für mich auch ein Riesenverbrechen darstellt, ist alleine durch die Erklärung genug, um diese Grausamkeiten darzustellen. Jedoch sollte dort eine klare Linie gezogen werden, dass solche Vergleiche erst gar nicht angestellt werden sollten. Leid sollte nicht mit anderem Leid verglichen werden. Es wird dann auch gerne argumentiert, voll, 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 Leid, ein anderer Leidsvergleich ist so dumm. Das haben wir mit einer gesprochen, die in Therapie war, die hat dann die Therapie beendet, weil ihre Therapeutin hier einfach gesagt hat, ja guck mal, der geht zwar schlecht, aber anderen Leuten geht es auch viel, viel schlechter, stell dich mal nicht so an. War natürlich dann dumm für sie. Also sie hat sich einfach gedacht, okay, cool, dass es an Leuten schlechter geht. Was bringt mir das? Nix. Ist halt eine dumme Logik einfach. Das vereinzelt Juden. Er sieht auch die Therapeutiken wechseln. Der Holocaust-Überlebende oder Nachfahren diesen Vergleich befürworten, aber das ist halt eine sehr geringe Anzahl als die schiere Masse der Personen, die man damit tief verletzen kann. Denn die Mehrheit sieht das anders. Dazu habe ich auch einen kleinen Beitrag rausgesucht, der das auch mal kurz und knapp erläutern kann und werde diesen jetzt einfach mal einblenden. Doch es sind längst nicht nur Corona-Demonstranten, die das Leid der Nazi-Opfer missbrauchen. Die Tierschutzorganisation PETA vergleicht Massentierhaltung mit der Shoah. Mann, die PETA ist auch so eine Sache. Nee, sorry, aber so viele Aktionen der PETA fühle ich so gar nicht. Die setzen sich halt wieder für was Gutes ein, für Tierrechte, aber wie sie es machen ist so, boah, nee. Auch so, dass sie gesagt haben, man soll Pokémon verbieten, weil dort halt Tierquälerei, weil sie halt in so kleine Pokébälle eingesperrt werden, fördern würde, wo ich mir denke, nee, nee. Inzwischen verboten. Wir sprechen mit der Schriftstellerin Maja Lasker-Wolfisch. Ihre Mutter, Anita Lasker-Wolfisch, war in Auschwitz interniert und hat als eine von wenigen überlebt. Es ist ein weiterer schrecklicher Missbrauch davon, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Es ist zutiefst verstörend. Ja, vor allem, dass man so das Schicksal, was einem selber erlitten hat, dass das halt instrumentalisiert wird für die eigene Agenda. Das ist halt nicht geil. Und eine widerrechtliche Aneignung der jüdischen Erfahrungen. Das beleidigt mich im Namen von Millionen Ermordeten. Das kann ich vollkommen verstehen. Mittlerweile sind diese Vergleiche in so hoher Schlagzahl auch anzutreffen, sowohl online als auch auf der Straße, dass man irgendwann auch abstumpft. Die Leute nehmen das Akzelzucken zur Kenntnis und sagen, ja, ach, schon wieder ein Holocaust-Vergleich ist ja nicht so schlimm. Holocaust-Vergleich auch so. Ich glaube, es gibt wenig Dinge, wo ein Holocaust-Vergleich sinnvoll wäre. Da fällt auf jeden Fall nichts ein. Es wird immer weiter banalisiert und abgewertet. Ich finde es außerdem problematisch, den Holocaust mit ins Spiel zu bringen, denn die Motive sind absolut unterschiedlich. Der Massenmord mit dem Ziel, die europäischen JüdInnen zu vernichten, allein nicht aufgrund von Rassismus und Antisemitismus, ist ein singuläres Ereignis in der Geschichte und hat nichts damit zu tun, massenhaft Tiere aus profitorientierten Zwecken möglichst effektiv auszubeuten und zu töten. Durch das Einbringen des Holocaust macht man dieses zu einem alltäglichen Phänomen und das wird diesem Ereignis in seinem Schrecken in keinster Weise gerecht. Okay, Abschluss. Was sind seine Abschlussworte? Ich muss übrigens sagen, bis jetzt sehr, sehr gutes, strukturiertes Video ist es wirklich. Auch wenn ich nicht wahrhaben will, was er da sagt, aber, boah, Alter, Raffaela, what are you doing? Zum Abschluss wollte ich nochmal erwähnen, dass dieses nicht gegen ihren Aktivismus gerichtet ist. Nein, der Aktivismus an sich war halt sehr nice von ihr, aber wie diese Person drauf ist, ist halt so, man hat halt keinen Bock eine Person zu unterstützen, die so krank drauf ist, ist das Problem. Ich finde es toll, wenn man Leute erreicht, die das Thema empfänglicher macht und ich finde es gut, dass durch sie auch das Thema Veganismus in einer sehr breiten Öffentlichkeit mittlerweile auch diskutiert wird, damit es immer mehr VeganerInnen da draußen gibt, die sich so weit praktikabel und möglich nicht mehr am Tierleid beteiligen wollen und auch weiter versuchen wollen, weiter Leute aufzuklären, damit es möglichst immer mehr werden. Ja, der Aktivismus ist wunderbar von ihr, klar, sehr radikal, die ist das, aber bestimmte andere Aspekte, die wir gerade gesehen haben, die auch ein bisschen was mit dem Aktivismus leider zu tun haben, sind halt nicht okay und zwar so gar nicht okay, so null okay. Man will irgendwie eine Person mit so einer Denkweise auch irgendwie nicht supporten, finde ich jetzt gerade, also, ne. Redet nicht mit Rechtsextremen und oder Schwurblern, nur der Reichweite wegen. Das kann der eigenen Bewegung auch wieder eher schaden, meiner Meinung nach. Ich habe ein sehr, sehr gutes Video, muss ich sagen. Tilted Floste, ich abone hier rein, scheiß drauf, ich abone hier rein, war ein sehr gutes Video. Checkt gerne Tilted Floste aus, ich bin echt, ich bin echt erschrocken, was Raffaela da alles gesagt hat, was sie da alles von sich gegeben hat. Das war es mit der Reaction, falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, dies, das. Puh, krankes Video, krankes Video und Tilted Floste, gutes Video, Mann.